Ich denke mal, er erzählt uns das so gleich. Nur wenn wir nichts... Ja, ne, der ist ja nicht zu viel. Meinst du? Ich würde den nicht wissen. Das gibt es ja gar nicht. Sieht oben aus wie eine Scheune, ne? Auf Fehlen. Natürlich, wie jedes Grundstück hat ein Geist, ja? Der Bodengeist, der ist auf diesem Alter, ja? Der bewacht das Grundstück. Das ist nicht nur bei den Thais, sondern auch bei den Vietamesen. Und da werden wir in Ruhe besonders sehen. Jede Familie hat so am Vordergrund so ein Reuchel für... Und da werden auch kleine Altarne. Und da ist drauf, so eine ähnliche Gaben. Ja, das Leben bitte in der Zeit weiter. So, die Sonne kommt raus, jetzt wird es noch mal wärmer. Ne? Ja, vor allem, die kommt ja nicht richtig raus, sondern nur so irgendwie etwas heller. Wärmt. Aber da ist es zu wenig um die Freuchen. Der sieht doch mal raus, wo der Penie ist. Si! Ja. O, dann ist wirklich das Kindgrig, der Blatnte ist noch heiß. Ich habe sehr Erfahrung, weil man muss es ihnen... Die Kirche ist in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche. Das ist ein Haus, wo sie Gemeinschaftsfeiern schützen alle, oder was? Das ist eine Reha-Deporation, also praktisch bei der Zeit, Verdachtmittel mit dem Herrn, mit dem Sieg und Kult. Das geht dann, da sind wir nicht ganz einfach. Solche Sächer kennen wir, wir haben jede, die Arbeit. Das kennen nur die Stamm. Wer braucht die Stamm? Und das muss von unten nach oben stehen. Und wenn es Geld so saniert ist, dann wissen die Leute, wie sie hier wohnen. Also, fragen vom... Malen das? Jo. Das ist doch ganz schön lang, was? Ja, das ist ja alle Menschen. Das ist ja alles klar. Schön. Und... Und... ... Vielen Dank.